Heute zeige ich euch, wo ihr den Teufelsrauchwerfer herbekommt. Der Rauchwerfer droppt mit einer Chance von ca. 66% bei der Teufelsschmiedin Damorka im Tarnatsdschungel und konntet die Fähigkeit Erstschlag. Am besten stellt euch auf diese Kisten und wartet, dass Damorka spawnt. Sie spawnt ungefähr bei diesem roten Punkt. Wenn sie nun spawnt, wartet ihr nur noch auf ein paar andere Spieler und mit ein bisschen Glück gehört der Bobblan und euch. Jetzt müsst ihr nur noch die Quest starten und ihr könnt den Werfer in eure Schiffe einbauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein Jungs!